servus leute und herzlich willkommen zu einem weiteren battlefield 20 42 video erst mal ein großer dank an euch für den ganzen support die ganze liebe die ihr in letzter zeit auf den videos da lasst also wirklich absolute ihre vielen vielen dank dafür heute möchte ich mal mit euch aber über einen gefeaturen portal modus sprechen und zwar den modus rush irgendwie auch ein bisschen kurios dass man das als gefeaturen portal sonder temporär beschränkten modus diskutieren muss weil es eigentlich ein wesentlicher bestandteil des battlefield franchise und einfach ein modus der mir schon immer wirklich wirklich sehr viel spaß gemacht hat und ich mich da auch wirklich gefreut hat dass der wieder im game ist auch die competitive szene baut darauf auf also da gibt es schon die ersten test turniere 4 versus 4 rush also wirklich sehr sehr spannend freue ich mich persönlich auch da wieder drauf mal in dieses 4 vers 4 rein zu schnuppern in anführungszeichen habe ich auch richtig bock drauf und natürlich auch in public macht der modus absolute laune plus es fühlt sich einfach sehr sehr nach battlefield an und gerade in verbindung mit dem update 3.1 wo er doch einiges gefixt wurde macht es umso mehr spaß und ich muss sagen ich hatte in der kombination patch 3.1 und eben rush modus noch nie so viel spaß in battlefield 20 42 jetzt macht endlich richtig bock da rein zu gehen und ich habe das ganze getan mit dem guten bot mk2 der ein oder andere og die schon etwas länger bei mir dabei sind kennen den guten mann noch von unseren du streams oder gemeinsam video projekten also ich wünsche euch jetzt ganz viel spaß mit dem video lasst mir gerne euer feedback dazu in den kommentaren da und wir sehen uns dann natürlich wieder zum nächsten live stream beziehungsweise zum nächsten video haut rein ich bin noch gar nicht gespawnt mit dir ging nichts auf dem dach ist einer auf dem dach ist da um von rechts ja habe ich ich habe gerade welchen geschlüssen ich habe gerade vor mir einen gehabt ich habe hier einen warte bei mir kommt auch gott hinter mir auch noch einer ich habe eine trommelmagazin mit 24 schuss das sind 24 schuss doch es ist dass das ja oben auf dem dach ich habe keine leiche ist der der warte ich versuch zu bringen oh alter hier links wird gesnipet hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns alles aus und hier hat glitsch hat glitsch habe ich noch einer hier hinten und schneiden zu dritt auf mich und da ist gestorben von denen einer hätte zwei rechts oben am berg hat glitsch habe ich den oberen habe ich kann es um noch zwei und noch zwei oben da ist das noch was dahinter das noch was dahinter habe ich irgendwie naja der ist aus dem tank ausgestiegen ich klaue den tank war das der neuer oh hier ist noch einer es hat ein kügelchen geworfen drei leute wenn ich komme ich bin aber egal nein jetzt bin ich reingespawnt bei dir Ich wusste nicht, dass du außer Gebiet aus der Kugel bürst, ey. Alter P-Boy, ich bin so nah, ich bin jetzt weg. Servus jetzt, ne? Hä, what the fuck, wieso billig da bin ich wieder? Habt ihr rübergekommen? Gut. Den Heavy wollte ich noch mitnehmen. 10 Sekunden. Oh, ich hab wieder Glück. Okay, und dann melde ich noch was. Ich brauche meinen Mund, ja. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Weg. Ja, ey, ich bin jetzt... Ich dachte, ich solle rüberkommen. Ach so, und was war das Ergebnis? Das waren jetzt wieder diese anders konkreten Angaben. Unter dir, unter dir. Hab ich. Dorian, gestorben. Ne, ja, ist gut. Wenigstens hat er mich nicht. Aber rechts von uns ist einiges. Links, links, links. Links, ja. Hab ich. Wie denn wohl? Äh, das... Jetzt reicht's aber, jetzt ist es frech. Oh Gott. Guck mal jetzt. Äh, äh, ne. Jetzt unter uns sind alle. Ja, komm her. Ja, komm her. Aber ich sag's und spawnen selber rein als Sniper. Perfekt. Spielen cool. Spielen cool. Spielen cool. Spielen cool. Eddie. Oh Mann. Let's go. Der war, der war, ja. Oh, da noch keiner. Ja. Down. Ja, warte. Oh, und sind die jetzt alle? Eddie. Nice. Eddie. Wie? Oh, ich zieh, das macht so einfach aus. Oh, der ist es. Rechts noch, rechts noch, rechts noch. Er hat mich. Ah, er hat mich fast. Warte. The guy, he ran. Ah, fuck. Er pusht. Ich hab ihn weggepistelt. Und das? Bei mir steht jetzt zwei Meter, fünfzig Meter bei der Entfernung. Naja, das buggt. Das ist immer noch verbuggt. Die catchen unsere Leute! Oh mein Gott. Ach nein! Ich hab einen außen. Ich bin alleine raus. Falsche Richtung. Komm zurück im Kampfgebiet. Ah, ich hab keinen Sonnen. Auf der Seite. Heiter vorne! Nein, unten. Strengladung, bin bereit. Bewacht sie, bis sie hoch gehen! Nehmt, Gott! Ich scheue ihn auf. Ja, die sind hier unten. Ich lande da auf dem Dach. Oh Gott! Oh Gott, jetzt kommt doch ein Heli rein! Ich bin down. Zwei. Zwei. Frontbarger. Oh nice. Dann krieg ich hier nichts gerissen. Ja. Hinter mir. Oh ne 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 ne. Ich muss nachladen. Flitzen einfach. Wie so ein Kaninchen da. Einfach rüber Junge. Direkt Hiss bekommen. Ich bin fast tot. Ja ich treff hier. So gut wie nichts. Ich hab ihn. Ja genau. Es sind zwei die einfach mehr gekommen sind. Hier ist noch gleich keiner belebt wieder. Oh Gott hinter dir. Hier kommt er. Ja ja. Ich bin fast tot. Er ist tot. Sind hinter uns hinter uns. 2 gespawned. 2 gespawned. Mess. Thanks. 10lic. 2. 1. Bis zum nächsten Mal.